Herzlich willkommen zur nächsten Immolution-Podcast-Folge. Heute 70 Jahre Immobilienerfahrung hier im Podcast. Zwei alte Immobilienhasen sprechen über den Immobilienmarkt in Berlin, rund um Berlin. Was da so alles los ist und ich habe einen coolen Gast dabei, Michael Hesse. Erzähl mal ganz kurz, wo bist du genau in Berlin? Und wie lange bist du schon im Markt? Vielen Dank, Heinz, für die Einladung. Ich bin seit 40 Jahren in Berlin im Bereich der Finanzdienstleistung und Immobilienvermittlung tätig. Habe schwerpunktmäßig in gesamt Berlin das Geschäft aufgezogen eine Zeit lang. Und seit sechs Jahren, seitdem mein Sohn mit in der Firma ist, haben wir den Schwerpunkt auf den Bezirk Spandau erstmal gelegt. Und versuchen dort die Basis jetzt für den nächsten Step zu schaffen. Cool. Erzähl mal, wie hat sich aus deiner Sicht der Immobilienmarkt in der Zeit entwickelt? Weil 40 Jahre ist ein Haufen Zeug. Wir beide zusammen sind bei 70 Jahren. Also das heißt, du hast noch mehr Erfahrung als ich. Aber wie hat sich da der Markt verändert? Was ist da passiert? Wir haben ja einmal den großen Break gehabt durch den Mauerfall 1989, wo eigentlich der Berliner Markt vorher verhältnismäßig ruhig lief. Also es war nicht, dass man einen Hype gespürt hat. Klar gab es Menschen, die gekauft haben. Aber so das Verkaufsgeschäft habe ich zu der Zeit gar nicht mitbekommen. Du warst mehr im Mietbereich so tätig. Und auch da war der Markt übrigens schon knapp. Auch da mussten die Interessenten sich schon kreativ zeigen, um berücksichtigt zu werden. Und dann kam die Wende. Und die Wende war nochmal eine Flut an Möglichkeiten, die Tür und Tor geöffnet haben, wie man so schön sagt. Und dann hat die Politik sich ja auch so ein paar schlaue Sachen überlegt, wie sie Dinge unterstützen kann und fördern kann. Sonder-AFA-Gebiet Ost mit 50 Prozent Sonder-AFA. Es boomte, es knallte, es wurde gebaut an jeder Ecke. Die Preise sind nach oben galoppiert, natürlich auch durch die Förderung geschuldet. Weil ja oftmals so Förderungen ja auch wiederum die Unternehmer dann versuchen, irgendwie zu Finanzierung zu nutzen. Ja, das war schon eine verrückte Zeit, wo viel Eigentumswohnungsgeschäft lief, viel Kapitalanlage. Wobei eben doch der Großteil der Kunden, wie wir Berliner mal sagen, die Westdeutschen waren. Genau, was würdest du denn sagen, wo kommen denn die Haupteigentümer in Berlin her? Na, der Alpbestand, der so, denke ich mal, bis zur Jahrtausendwende gekauft haben, aus dem Bundesgebiet. Ganz stark natürlich der süddeutsche Raum. Da gibt es so einen Ort wie Bodenmeister einfach, wo man behaupten möchte, der Jahr zweite ist da Käufer geworden. Krass. Du hast eben auch noch, klar, alles um Frankfurt. Also da, wo das Geld ist eigentlich, Baden-Württemberg, Hamburger Raum. Das war damals eigentlich die Zielgruppe. Genau, also man muss sich vorstellen, das heißt, nicht die Berliner haben in Berlin gekauft, sondern alles drumherum. Also ich habe es ja selber live miterlebt und war auch fleißig mit dabei sogar. Ja, ja, ich war natürlich fleißig mit dabei. Das Ding ist halt tatsächlich, man kann ja fast sagen, es ist so von innen nach außen gemacht worden. Von innen nach außen. Das heißt, also ich sage mal, zuallererst einmal war es wirklich diese Sonder-AFA, die sich ja bezog auf neu. Auf neu, das war so Anfang der 90er bis so Mitte der 90er. Und dann kam ja, für die Leute, die das jetzt noch nicht wissen, und dann kam ja die sozusagen Sanierungs-AFA. Und dann sind die Stadtteile, da ging es dann los mit Mitte. Genau. So der Potsdamer Platz, da ist ja viel neu gebaut worden, also in Mitte. Sodass da halt erstmal wirklich diese Steuerkomponente halt sehr krass war. Und dann ging es ja erst los, Prenzlauer Berg. Ich weiß noch ganz genau, das war 1995. Da haben wir ein Hotel in Friedrichshain mitverkauft. Und da war es so, dass tatsächlich Friedrichshain noch komplett tot. Da haben sie alle gesagt, hä, wir will denn da Friedrichshain, ja? Da geht ja gar keiner hin, ja? So, weil da war noch Prenzlauer Berg. Das war Nummer eins. Exakt. So, und da ist das Thema gewesen, dass wirklich, da konntest du erkennen, in Berlin, wie ich meine, vielleicht noch Leipzig und Dresden vergleichsweise, von der Größe her, da konntest du eine Sache erkennen, wie Bauträger, wie das Bauträgergeschäft funktioniert. Also eigentlich wie Wasser. Wasser fließt nach Möglichkeiten. Und so war es ja in Berlin auch. Und es verbrenzt. Das hat sich ja immer weiter ausgedehnt, bis dann nachher die irgendwann an die Spree rangegangen sind, da die ganzen Neubauten auch entstanden sind. Das war dann in den 2000ern, so die schönen Häuschen. Und dann die Anlagen wurden immer größer, alte Fabrikanlagen und so weiter und so fort. Am Anfang war ja auch noch nicht so die Konsequenz in der Bestandserhaltung. Man konnte ja das eine oder andere abreißen. Da wurde dann auch schnell zugeschlagen. Und ja, man hat natürlich auch attraktive Lagen hinzugewonnen. Gerade, wie du sagtest, auch die Wasserlagen. Das gab es ja im Westteil von Berlin begrenzt. Und das war schon ein Hype gewesen. Und da wurden auch Preise teilweise bezahlt, wo man nicht die Logik drin gesehen hat. Aber es ging. Es war die Möglichkeit da. Und viele Leute haben sich da auch gutes Geld verdient, gerade im Vertrieb, weil sie gar nicht so schwer waren. Der Verkauf war nicht schwer. Weil das Produkt war gefragt. Würdest du sagen oder kannst du sagen und kannst du bestätigen, dass Berlin, weil in den 90ern wurde ja viel versprochen. Aber hat sich denn Berlin jetzt auch als Immobilienmarkt, wenn man jetzt mal so den Kern sieht, als Immobilienmarkt auch wirklich so entwickelt oder sogar besser? Ja, am Ende des Tages würde ich schon ganz klar sagen, er ist besser geworden, hat sich gut entwickelt. Aber wir haben ja so Mitte der 2005er einen richtigen Break im Markt gehabt, weil ja die ersten Finanzierungen ausgelaufen sind, wo dann die Banken in der Nachbewertung nicht das Spiel mitgemacht haben mehr. Und der eine oder andere Investor schon Schwierigkeit hatte, zur Deckung zu sorgen. Denn Berlin ist schon immer ja eine Mieterstadt gewesen und die Mieten sind ja in Berlin im Verhältnis zu anderen Großstädten, ich will gar nicht von Europa reden, doch verhältnismäßig gering. Günstig, genau. Ja, und das Thema hat sich dann natürlich ausgewirkt bei den Nachfinanzierungen und dann gab es eine Zeit lang, wo eben viel notleidendes Geschäft hatten. Das sah man auch an den Mengen an Zwangsversteigerungen. In dem Bereich war ich seinerzeit auch tätig für Banken, dass ich eben in diesem Bereich begleitet habe im Interesse der Banken. Und da war wirklich das auch für uns ein gutes Geschäftsvolumen. Kleines Geschäft, aber eben Butterbrotgeschäft. Und das war damals eine Phase, wer da kaufen konnte, so in den 2008, 2012 so ungefähr. Er hat gute Schnäppchen machen können. Der hat zu guten Preisen eingekauft und der macht heute in der Regel eine Verdopplung. Das kann man einfach so als Treußerung sagen. Okay, Check an den Immobilienmarkt Berlin, da hat sich einiges getan. Verfassen zusammen 90er Jahre Neubau und Sanierungen. Also es entsteht alles Neues, wurde alles schöner und neu sozusagen. Dann einmal der Break in der Mitte der 2000er. Und jetzt kommen ja die Leute, die auch damals gekauft haben, wollen verkaufen und so weiter. Also das heißt, der Markt verändert sich jetzt wieder oder beziehungsweise jetzt kommt der Zweitmarkt richtig in Gang. Genau. So kann man ganz klar sagen. Okay, jetzt bist du ja Unternehmer. Und wir wollen ja den Leuten da draußen auch ein bisschen was erzählen darüber, wie stellt sich denn heute ein professioneller Immobilienmakler in einer Großstadt wie Berlin auf? Ob jetzt in einer Region oder in einem Stadtteil, völlig wurscht. Aber was musst du heute als Makler tun, um wirklich erfolgreich zu sein? Was macht ihr da? Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir eine lokale Präsenz schon haben. Dass wir eigentlich in den Bereichen, wo wir wissen, dass der verkaufbare Bestand da ist, werben, direkt werben, versuchen eben auch die Wohnanlagen, gerade in dem Segment, uns den Leuten bekannt zu machen. Auch über die Mieter teilweise. Hat natürlich auch eine große Verlustquote beim Output. Aber am Ende des Tages merkt man schon, dass wenn jemand dann aus dem Bundesgebiet kommt, oftmals auch sind es ja schon die Erben, wo ein Erbe gar nicht in Berlin wohnt oder aus dem Umland kommt, die gucken schon dann nach dem regional präsenten Makler. Und da gibt es in unserem Bezirk glücklicherweise eine Handvoll, die auch präsent sind. Und das ist schon, wenn man auf das Segment der Eigentumswohnungen geht, eigentlich der Weg, wo wir schon den Augenmerk richten. Wobei natürlich, Schwerpunkt liegt immer in dem Verkauf natürlich von Bestandshäusern, Einfamilienhäuser, Doppelhäusern und so weiter. Damit auch das Verkaufsvolumen natürlich auch interessanter ist, um die Qualität auch refinanzieren zu können. Was machst du denn jetzt als Makler anders als andere? Wenn ich also jetzt dieses Video gucke, also den Podcast, und mir die Frage stelle, oh, das ist aber so ein sympathischer, seriöser, seriöser Makler und ich will meine Immobilie verkaufen. Was machst du denn jetzt anders als die anderen? Ich glaube, ein großer Unterschied liegt darin, dass wir ein extremes Augenmerk auf die Immobilie legen und die Stärken und vermeintlichen Schwächen offenlegen, besprechen mit den Eigentümern und die Chancen, denen damit vermitteln, um auch einen stressfreien Verkauf zu haben mit wenig Ärger im Nachgang. Denn gerade der Altbestand hat ja gewisse Schwachpunkte, bei uns ist so ein Reizthema Asbest, was immer wieder hochkommt in den Bodenbelägen und so weiter, dass wir hier doch sehr offen und transparent vorne das Gespräch suchen, was oftmals nicht sofort die Zustimmung findet, weil keiner möchte ja was Negatives erfahren. Aber es gehört eben zu dem Paket hinzu, dass wir das eigentlich offen kommunizieren, um den Leuten die Wahrheit eben zu vermitteln und auch den tatsächlichen Wert zu bringen. Und dann haben wir eben auch aufgrund der lokalen Präsenz, gerade bei den Angeboten, schon vorhandene Suchende, die A, schon gekauft haben, B, neu auf dem Suchen sind. Und dadurch haben wir da eine sehr kurze Laufzeit, was oftmals gerade für Armen oder die Leute, die dann verkaufen wollen, die die Entscheidung getroffen haben, sich zu verändern, die wollen in der Regel ja auch dann ein schnelles Ergebnis haben. Das ist ja wie beim Einkaufen, ich möchte einen Anzug haben, der gefällt mir, ich kaufe ihn. Und ähnlich ist es ja auch bei der Immobilie, je länger das dauert, wenn ja meistens ungeduldiger. Deshalb ist dieser große Weg durch diese gute Aufbereitung, der Beibringung aller Daten und Unterlagen, auch für den Erwerber, der wichtige Fakt, der einfach der Mehrwert ist, auch für den Verkäufer. Okay, verstanden. Was denkst du, wenn du so zwei oder drei, vielleicht auch vier Punkte nimmst, was glaubst du, sind die größten Fehler, die Privatverkäufer, aber auch Makler machen, aktuell im Markt? Ja, einer der größten Fehler ist immer die Herangehensweise einer Preisfindung. Ich glaube, dass wir uns oft was vormachen. Also wir heißt jetzt Kollege, aber auch im Eigentümer. Und wir Menschen neigen ja gerne auch dazu, alles immer so, wenn wir darüber reden, übertrieben positiv darzustellen. Dann hat man eben Informationen, die eben auch sehr positiv waren. Und die typische Geschichte ist, mein Nachbar hat verkauft für X, ist dann so eine Sache, wo man manchmal sich die Frage stellt, wo ist die Wahrheit? Und dann wird es natürlich auch unterstützt durch auch die Plattformen, die ja vermeintliche Werte präsentieren. Es sind Angebotspreise. Und wenn wir uns die teilweise ansehen, sehen wir ja auch, wie oft Angebote, wie lange sie auf dem Markt sind und was mit denen passiert. Also was das Ganze so ein bisschen pusht. Genau. Und was eben, sagen wir mal, dann die Unwahrheit eigentlich an der Sache ist. Und die Herausforderung ist eben, dem Eigentümer klarzumachen, dass die Wahrheit nur gewinnt. Hast du mal ein Beispiel aus der Praxis, wo du zum Beispiel mal sagen kannst, hier, da haben wir ein Objekt übernommen, was bei einem Privatverkäufer oder einem anderen Makler, was weiß ich, wie lange gedauert hat und die haben es nicht verkauft bekommen und dann hast du es gemacht? Ja, ich habe da wirklich Anfang des Jahres Glück gehabt, einen Eigentümer kennenzulernen, der auch sehr viele Eigentumswohnungen besitzt, weil sein Vater war der Architekt, der auch zum Beispiel eine oder andere Wohnanlage gebaut hat. Der hat sich dann seinerzeit damals, wie gesagt, wohl immer so ein Teil als Bezahlung einverleibt. Und der hatte ja mit den Hausverwaltungen, aber auch anderen Maklern zu tun und die haben ihm bei vermieteten Wohnungen keine Ergebnisse gebracht. Also sie haben mit irgendwelchen, ich nenne es schon wirren Preisen, ohne, sagen wir mal, den Vermietungsstatus, ohne das Alter und die Sanierungsproblematiken zu berücksichtigen, angeboten. Und der hat eigentlich in einem Dreivierteljahr versucht, ein Ergebnis zu bekommen. Nothing. Und war nothing. Und irgendwie hatte der, also wir hatten mal vor 20 Jahren Kontakte gehabt über andere Bereiche. Und der kam dann, ruf mich eines Tages an und sagte, wir kennen uns auch nicht persönlich, aber ich möchte ihn mal kennenlernen. Ich habe hier in Spandau sechs Wohnungen, da habe ich acht Wohnungen, da habe ich 16 Wohnungen. Und so kam er dann auf uns zu und dann hatten wir zwei anstrengende Gespräche, weil ich ihn von seiner Wahrheit runterhole. Von seiner Wahrheit. Von seiner Wahrheit. Und er hatte so Schwierigkeiten am Anfang, mir zu glauben. Und da war auch der Satz mal gefallen, naja, sie wollen ja nur schnell verkaufen. Ja, sie wollen ja nur den Preis runter, ne? Ja, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, natürlich ist mein Ziel zu verkaufen, aber ich kann nur zu verkaufen zu dem Preis, der funktioniert. Am Ende des Tages ist dieser Mann happy. Wir haben jetzt einen Großteil der Wohnung schon verkauft. Wo andere ein Dreivierteljahr nichts gemacht haben, gar nichts. Und in welcher Zeit? Na, wir haben, es gibt die ersten Wohnungen, haben wir innerhalb von sechs Wochen, acht Wochen verkauft. Ist ja im vermieteten Bereich immer so ein bisschen problematisch, die Besichtigung. Manch ein Mieter dribbelt rum, schafft Ausreden, sich zu versetzen. Wir haben jetzt auch noch Wohnungen im Bestand. Da sind wir jetzt im vierten Monat. Aber auch das sind Objekte, wo die Mieter extrem problematisch sind. Und auch liegt an unserer eigenen, dadurch aufgezwungenen Zeitplanung. Aber wir sind dabei, Stück für Stück abzuverkaufen. Und der ist extrem dankbar und hat eben die Firma gekauft. Er kennt meinen Sohn, er kennt die Mitarbeiter, wird regelmäßig kommuniziert und betreut. Und er bleibt ein teurer Kunde. Und für mich hast du auch Wohnungen verkauft. Das müssen wir ja auch mal erwähnen. Also nicht für mich direkt, sondern für Kunden von mir. Für Kunden von mir. Und das hat auch super cool funktioniert. Und in einem wirklich akzeptablen, guten, coolen Zeitraum. Auch vermietet eine oder waren die 20? Eine war vermietet gewesen. Wobei überraschenderweise in dem Fall die vermietete Wohnung einfacher war. Als die Lehre. Ja, weil ich überhaupt nicht erwartet habe. Aber auch da kommt mir die Wahrheit hoch. Wenn die Qualität Probleme aufweist, dann hast du auch Problematiken beim Verkauf. Und das war bei der freien Wohnung, dass sie eben doch in einem sehr abgerockten Zustand ist. Trotzdem sie, damals von Bauträger, vor gut 20 Jahren, mal ganz toll angeblich saniert wurde. Absolut. Und da kommt jetzt die Wahrheit wieder hoch, wo sie nicht so optimal saniert wurde, sondern es an der Wohnungstür eigentlich aufgehört hatte. Aber am Ende des Tages haben wir dann gemeinsam bei unserer Firma ein gutes Ergebnis erzielt und warten jetzt nur noch auf die restlichen Schritte, die die Bürokratie von uns verlangt bei der Abwicklung des Verkaufes. Ich habe jetzt zwei Dinge rausgehört. Einmal das Thema Preis ist immer wieder ein Thema. Und die Hürde, die größte Hürde ist im Prinzip dem Verkäufer wirklich vernünftig und ordentlich und vor allen Dingen auch belegbar und seriös die wahren Zahlen darzustellen, dass er die nachvollziehen kann. Die Fakten sind eigentlich die Herausforderung. Ich habe da so ein Beispiel auch, was eigentlich so ist. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber gerade bei Häusern haben viele Eigentümer nicht das richtige Gefühl zur Größe ihrer Immobilie, nenne ich es mal. Also wir bekommen oft Angebote rein, die wir einwerten sollen. Und Sie stellen sich vor, ich habe ein Haus von 130 Quadratmeter. Und das nehmen wir an, weil wir kennen ja keine Daten. Und im Einkauf bereitest du alles darauf vor. Du machst ja eine seriöse Bewertung aufgrund den übermittelten Fakten und deinen Erfahrungswerten aus der Umgebung heraus. Am Ende des Tages stellst du dann fest, wenn du dann in der Aufbereitung bist, machst du eine Wohnflächenberechnung ordnungsgemäß, dass vielleicht einmal 15 oder 20 Quadratmeter fehlen. Mal den Quadratmeterpreis, sagen wir mal 3.000 Euro. Mal 3.000 Euro. Das ist ein 60.000 Euro Unterschied. Nur über 60.000 Euro. Und dann hat man dann einen Einkauf mal getätigt, wo man dann ein Problemchen hat. Und dann ist da die Herausforderung, nochmal des Nachverkaufes den Leuten klarzumachen. Oder die Einwertung eben auch ist diese, weiß ich, die Wohnung im Suter, der Raum im Suterrenn gehört ja zur Wohnfläche. Diskussion mit Fenstergrößen, Deckenhöhen, ETC. Ist ja auch in den 90er Jahren sind ja auch viele Zorangwohnungen verkauft worden, über zwei Etagen, wo den Leuten erzählt wird, du hast hier 110 Quadratmeter. Und wenn du mal in die Bauunterlagen guckst, dann sieht man, dass da unten der Stempel drin ist mit dem U. Das heißt also, nicht zu dauerhaften Aufenthalts genehmigt. Und dann hast du nur noch eine 60 Quadratmeter Wohnung. Also das heißt ja im Klartext, und das erlebe ich ja auch immer wieder, viele falsche Informationen und falsche Daten im Kopf sind und daraus dann irgendwie eine Schlussfolgerung gezogen wird, die aber so nicht umsetzbar ist. Und die dann spätestens beim Verkauf, bei der Finanzierung oder wo auch immer einem auf die Füße fällt. Und das stellen sich dann private Verkäufer, und ich würde auch mal behaupten wollen, vielen Maklern, die noch nicht so ganz professionell am Markt agieren, so als Easy-Go kriegen wir schon irgendwie hin da. Absolut, das ist ein Thema. Auch da haben wir zum Beispiel ja Fakten festgestellt, dass ein Objekt angeboten wurde mit einem Preis X, mit einer Größe Y, wo wir dann im Nachgang rangekommen sind und festgestellt haben, wo waren denn die 30 Quadratmeter mehr, die er da gesehen hat. Und das ist schon, dass eben, ich glaube schon, und man muss ja auch mal, wenn man ein bisschen selbstkritisch zurückschaut, sagen, man war ja auch nicht immer perfekt, man muss ja auch lernen im Laufe seines Lebens, haben wir auch das eine oder andere Mal so eine Sache einfach mal angenommen zu den Bedingungen, die man genannt bekommen hat, weil man ja immer sagt, die Menschen sind ja ehrlich mit dir. Naja, es hat nichts mit Unehrlichkeit zu tun, sie wissen es einfach nicht besser. Und deshalb ist es eben so viel wert heute, dass wir heute durch auch deine Person ein klares System nochmal kennengelernt haben, was uns doch eigentlich einen Fahrplan gibt von Go's, die sein müssen und Sachen, die eben nicht gehen. Und wenn man diesen Prozess einleitet und den auch transparent dann kommuniziert, nicht nur verbal, sondern auch optisch, den Eigentümern gegenüber, aber auch den Interessenten, dann ist es ein Riesenmehrwert und wir haben richtiges Lachen auf den Lippen fast nach jeder Besichtigung, nicht weil wir Kaufangebote haben, sondern weil wir Dankeschön bekommen zu dem, wie wir Objekte präsentieren im Vergleich zu anderen Maklern. Also die Interessenten wissen dieses System, was wir hier von dir präsentiert bekommen, absolut zu schätzen. Und wir kriegen dieses positive Feedback, weil sie es sonst nicht gewohnt sind. Die anderen sind eben Türaufschließer. Und hier bekommen sie eben Informationen, Fakten. Jeder Mitarbeiter weiß Bescheid über die Objekte. Also ich denke mal, jeder kann bei der Besichtung zu 90 Prozent jede Frage richtig beantworten, ohne sich was auszudenken. Und das merken wir, dass das einfach auch gut ankommt. Und somit am Ende des Tages haben wir zufriedene Verkäufer, aber auch Käufer. Und auch das Thema des Austausches, des Geldes, stellt sich bei uns fast nie. Weil einfach diese Qualität und die Seriosität und Sympathie der Mitarbeiter auch, die da vor Ort sind, die Leute annehmen. Das macht dann wieder richtig Spaß. Cool. Also man merkt, du brennst. Und das nach so vielen Jahren, muss man ja auch sagen. Da gibt es ja andere, die sind da schon ganz gelangweilt und haben schon keine Lust mehr. Also zwei Dinge. Kompetenz auf der einen Seite in der fachlichen Richtung, fachlichen Arbeit. Und auf der anderen Seite aber auch die richtige Strategie, Vermarktung, Verkauf, Darstellung beim Kunden, also beim Käufer, was die Immobilien angeht. Absolut. Also können wir damit sozusagen, das sind die zwei kernwichtigsten Dinge. Ich würde eine dritte Sache gerne noch ergänzen wollen. Verspreche nichts, was du nicht halten kannst. Für mich schon immer eine Regel gewesen, manch einer hatte Schwierigkeiten damit. Heute ist das eine Maxime. Wir arbeiten dran und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, der für mich die Sache abrundet. Letzter Tipp von dir für Leute, die Immobilienmakler werden wollen oder vielleicht Immobilienmakler sind. Welchen Tipp würdest du heute geben? Ich glaube, dass ich demjenigen die Arbeit als Empfehlung geben würde, nämlich die Arbeit in der Branche einfach anzufangen. Dass er sich einfach umschaut. Vielleicht gibt es in meiner Umgebung einen Makler, der seine Arbeit in einer guten Qualität abliefert. So habe ich auch einen meiner Vertriebsmitarbeiter kennengelernt, der ursprünglich mal Kunde war und danach gesagt hat, hä, ist das geil, was Sie gemacht haben. Ich würde mal gerne mit Ihnen darüber reden, ob ich bei Ihnen arbeiten kann. Also erst mal bei einem Makler arbeiten. Ja, ich würde aber empfehlen, immer bei einem Makler arbeiten. Und man kann ja auch offen kommunizieren, mit welcher Intention man anfängt. Weil es ist doch so, das Leben ist ja mit Veränderung verbunden. Und wenn heute ein 25-Jähriger oder eine 22-Jährige Dame zu mir sagt, ich bleibe in einer Firma dein Leben lang treu, dann werde ich schon wieder skeptisch. Weil klar, ich habe schon im Unternehmen länger gearbeitet. Aber das Veränderung in der heutigen Zeit ist doch vollkommen normal. Und auch einer, der bei uns gut ausgebildet ist und eine Qualität mit sich bringt und dann vielleicht als Mitbewerber in einer näheren Umgebung arbeitet, der erweitert auch das Netzwerk wieder. Ich sehe das gar nicht als Problem. Ich sehe das einfach als Herausforderung. Und ich finde, eine theoretische Ausbildung in unserem Beruf, die gibt es eigentlich nicht in der gewissen Qualität. Ich glaube, nur gute Makler, die seriös einen Fahrplan haben, ein System haben mit deiner Unterstützung und qualitativen Coaching, das ist der richtige Weg. Und wenn dann jemand nach vier, fünf Jahren sagt, das traue ich mir alleine zu, das wuppe ich und sagt, Herr Hesse, können Sie mir den Steigbügel halten? Dann wäre ich nicht derjenige, der um ihn Nein sagt. Vielleicht wird er so ja bei dir der zukünftige Geschäftsführer oder Teilhaber irgendwann mal, wenn du an deinen Sohn übergibst. Genau, das ist dann eine Entscheidung, die dann mein Sohn mit Sicherheit zu treffen hat, weil da ist ja auch die Regel bei uns heute schon eigentlich klar, dass wir langfristige Entscheidungen, auch wenn ich noch den Hut auf habe, nur gemeinsam treffen. Und wenn er ein Veto hätte, dann würde ich darüber ernsthaft nachdenken, dass da was dran sein könnte. Aber du suchst Mitarbeiter. Ich suche Mitarbeiter. Was für Mitarbeiter brauchst du? Hau raus, vielleicht ist der eine oder andere aus Berlin da, der genau jetzt für dich der Richtige ist. Wir brauchen junge, dynamische, gewillte Menschen, die gerne kommunizieren, die geradlinig durchs Leben gehen, die Lust haben, Menschen den Traum ihres Lebens zu erfüllen, die sich gerne in ein Team einfügen, wo sie in Teilbereichen mitgestalten und ihr sich persönlich weiterentwickeln können. Ja. Und das ist eigentlich der ganze Ansatz, denn auch die Mitarbeiter, die wir jetzt haben, die wir gerade im letzten dreiviertel Jahr gewonnen haben, sind für unser Unternehmen ein Riesengewinn. Zwei ganz tolle Damen, die zu den alten Hasen sich wirklich super angepasst haben und die mir persönlich jeden Tag Freude machen und alleine schon die Begrüßung jeden Morgen ist schon, ja, die halbe Miete, kann man fast sagen. Also mir geht es jedenfalls so. Sehr cool. Also wenn du da draußen einen Job suchst, wenn du Bock hast, als Immobilienmarkter zu arbeiten und auch noch in Berlin wohnst, dann könnte Hesse Immobilien die Richtigkeit geben. Auf alle Fälle bei uns richtig. In diesem Sinne, danke. Danke. Danke.